Für einen anderen Gast ist die Love Parade vermutlich jetzt schon vorbei und morgen vielleicht vergessen. Was ist hier passiert? Der Mann hat ein bisschen zu viel getrunken. Wie viel zu viel? Wie viel hat er? Das weiß ich nicht. Wir haben noch keinen Alkoholtest gemacht, aber ich glaube er ist auch nicht mehr in der Lage. Drogen mit im Spiel? Keine Ahnung. Er sagt nicht. Ey, Drogen nicht mit im Spiel. Nur Alkohol. Wie viel hast du getrunken? Einiges. Oh, Aua. Was hast du getrunken? Wodka und Bier. Aua.